Ja, die Basis Österreich und wir2020.de sind bis jetzt so unsere größten Hoffnungen. Bei den anderen, ich weiß nicht, ob jetzt Bündnis 21, die Pinken und die Partei des Fortschritts, die PDF, ob die sich also quasi entschieden haben, bedeutungslos zu bleiben. Keine Ahnung, werden wir sehen. Generell haben bisher nur die Basis Österreich und wir2020.de sich als Frackparteien erwiesen, als freie Argumente-Kulturparteien. Wir2020.de hatte es also sogar für gut, also sich so geäußert, dass sie es gut finden, wenn verschiedene externe Experten hart, kontrovers diskutieren und ringen um den richtigen Weg, weil dann die Partei am besten erkennen kann, für sich herausziehen kann, was vielleicht wirklich am Ende wirklich die überzeugendsten Argumente für welchen politischen Weg sind sozusagen. Also insofern und die wir2020.de da hatten ja auch teilgenommen an einer Talkrunde, wo sogar die Next Scientist for Future mit ihren Argumenten gegen die Argumente oder auf die Argumente der Economy for Mankind geprallt ist und auf Natural from Local Sources ein neues Landwirtschaftskonzept. Ja, und ja, nur so geht echte Demokratie. Echte Demokratie geht nur so, dass eben alle Parteien, die noch in Zukunft existieren wollen oder eine gute Partei sein wollen, freie Argumente-Kulturparteien sein sollten und nicht Sekten-Ideologien-Parteien sein sollten. Ja, nur die Wahrheit über die Welt darf Grundlage für Regieren sein, nicht Sekten-Ideologien wie Markt, Radikalismus oder Anthroposophie. Die sind mir beide wieder begegnet. Ja, da ist eine gute Sendung, die wohl auch der beste Sender News und Talks in seiner Playlist 6 aufgenommen hat. Ich glaube, es war mit Lothar Hirneise, wenn ich es richtig, der Name war leider nicht genannt, aber ich hoffe, dass ich ihn richtig erkannt habe. Und es kam die gute Aussage drin vor beim Schnelldurchlauf sozusagen, dass Ärzte irregeführt werden sozusagen und aus den Irrtümern heraus dann das Schädliche für die Menschen geschieht. Und nur, dass er die Irrtümern, er sprach von solchen Worten wie Lügen, die Ärzte werden belogen und so weiter. Ja, da wäre ich vorsichtig. Wir sprechen ja ganz bewusst von vorteilbringenden Irrtümern, Killer-Viren des Geistes, parasitären Memen. Also vielleicht die Leute, die die Ärzte desinformieren, glauben vielleicht auch selbst ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es doch schon mal erfreulich, dass doch jemand sich wieder mal so klar äußert. Auch eine Sendung mit Dr. Medgerd Reuter dürfte beim besten Sender News und Talks in der Playlist 6, glaube ich, auch gelandet sein, weil Dr. Medgerd Reuter wieder einen, der ja auch Mitglied, die von die Basis Deutschland ist, also DE ist, der hat wieder Klartext geredet, wie problematisch unser Gesundheitswesen ist und warum wir das unbedingt reformieren müssen. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede und generell sollte man Sendungen immer schneller drehen. Unser Tipp jedenfalls. Ja, dann machen wir doch heute mal wieder so einen Blick, was ist denn die Wahrheit über die Welt? Was ist denn das Gegenstück zu solchen Sektenideologien wie Zeugen Jehovas, Anthroposophie, Marktradikalismus und ähnlichen Träumereien? Marktradikalismus ist halt die allergefährlichste aller Sekten, weil in der leben wir gerade. Nämlich die naive Vorstellung, Markt würde zu guten Ergebnissen führen. Und dabei ist es genau dieser Markt, der freie Markt, der uns Adolf Hitler gebracht hat, die Judenverbrennung, die Judenvertreibung. Wir haben also quasi die Intelligenz Deutschlands aus Deutschland vertrieben und ermordet zu Zeiten Hitlers sozusagen. Dadurch ist Deutschland schon mal wesentlich dümmer geworden, weil all die intelligenten Juden weg waren. Und freier Markt ist die Geißel der Menschheit seit 400.000 Jahren. Wenn Sie zurückklicken in all das Elend der letzten 400.000 Jahre und sich fragen, was ist die zentrale Ursache dafür, das ist die Ideologie des Marktradikalismus, dass Markt ungefährlich sei und sogar positiv sei. Markt ist aber gefährlich, hundertmal gefährlicher als alle Atombomben der Welt zusammen genommen. Und Markt muss gebändigt werden, muss in sicheren Reaktorsituationen gebändigt werden. Und seine Kräfte können nur so ähnlich wie Atomenergie nur in ganz gesicherten, extrem sicheren Reaktoren eine nützliche Wirkung für die Menschen entfalten können, eventuell. So kann Markt eben nur in einem Sicherheitsreaktor sozusagen einen Nutzen für die Menschen entfalten. Ja, schauen wir es uns mal an, verschiedene Sachen. Ja. Ach so, ich muss hier das noch ausschalten. Das können wir schon mal wieder ausschalten. Weil wir ja zum Training immer die Talkshow-Situation mitlaufen lassen. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier Schönes. Gehen wir doch erst mal unsere Bilder durch. Hier unser Logo, nextscientistforfuture.de vom Weltrad. Ja, das ist das Video, das ich vorhin gerade erwähnt habe. Das sprach also eher von Lügen. Aber schilderte eben auch, so wie Dr. Miet-Gerd Reuter auch, schilderte auch das andere Video, den antikooperativen Anteil in unserer Gesellschaft. Nur, dass wir als Naturwissenschaftler sagen, es sind nicht immer kriminelle Lügen, die da geschehen, sondern vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme-Killer-Viren des Geistes, an die die Leute selber glauben, mit denen sie die Ärzte desinformieren und unterrichten. Und dadurch kommt das dann zum antikooperativen Anteil, dass der Arzt, obwohl er uns Gutes tun will, uns faktisch Schlechtes tut und uns schadet. Das ist der antikooperative Anteil, der den Marktradikalen, aber auch den Anthroposophen und überhaupt nicht richtig bewusst ist. Einerseits beschwert man sich darüber, dass dieses Gesundheitswesen so schädlich sein kann, erkennt aber nicht, dass dieses Antikooperative eine Systematik hat. Und dass freier Markt, freier Tauschhandel und freie Arbeitsteilung genau das systematisch produzieren, den antikooperativen, schädlichen Anteil. Und der Mainstream der Gesellschaft ist gerade darin gebunden, zu denken, dass alles ein kooperativer Anteil sei. Ich bin regelrecht entsetzt, dass sogar die Partei, die Linke, die Grünen, ich hatte das schon mal mit Entsetzen festgestellt, als ich bei einem Treffen der grünen Jugend Köln war, dass es sich um die, früher waren das die heftigsten Kritiker der Pharmakonzerne und der kapitalistischen Pharmakonzerne und ihrer Profitinteressen. Und die waren schon damals auf dem Weg, die größten Fans dieser erzkapitalistischen, profitsüchtigen Großkonzerne zu sein. Und jetzt, dass sich also die Linke und die Grünen also sozusagen als Marktradikale erweisen, das ist traurig. Dass also sozusagen die Kritik an der Pharmaindustrie, an der Impfindustrie, an der Medizinindustrie und deren Profitinteressen und so weiter, ist völlig verschwunden. Wir haben also, die Linke ist also mittlerweile eigentlich eine rechte Partei geworden. Und die Grünen sind mittlerweile eine rechte Partei geworden. Ja? Ja, wir haben eigentlich unter den Großparteien nur noch rechte Parteien. Das ist tragisch. Ja? Das ist richtig traurig. Also wir haben einen Gesamtrechtsruck. Also die jetzige Gesundheitssituation hat also letztendlich einen riesigen Rechtsruck der Gesellschaft bewirkt. Nämlich eine Hörigkeit gegenüber und eigentlich eine Übernahme des Marktradikalismus als zentrale Ideologie ehemals linker Parteien. Also die SPD ist ja schon lange eine rechte Partei geworden. Ja, das ist... Und ab und zu kommen zwar so ein paar linksradikale Töne, aber bodenständig linke Töne sind nicht mehr vorhanden. Es ist so, wenn dann so ein Zwiespalt zwischen linksradikalen Tönen und faktischem, aber rechtem Marktradikalismus. Schluckwasser. Ja, dann gucken wir doch mal weiter, was wir an Schaubildern haben. Hier können wir direkt sehen. Ich hoffe, dass man das genügend noch sehen kann. Das hätte man jetzt justieren müssen. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Also hier ist also ein Strich. Und das bedeutet, dass nach drei Generationen diese Linie hier ausstirbt. Wenn Sie sie jetzt nicht sehen können, können Sie sich das vorstellen. Das sind sozusagen hier, nämlich auf der linken Seite, sind die wahrheitsorientierten Frühhändler und Frühärzte. Also wir gehen zurück in die Situation vor 400.000 Jahren, Erfindung des Tausches. Irgendwann danach muss dann erfunden worden sein. Das steht absolut sicher fest, dass wir, denn wir haben das heute, also muss es irgendwann erfunden worden sein. Wahrscheinlich kurz nach der Zeit vor 400.000 Jahren muss irgendwann, denn ein Professor gibt sogar an, dass er sicher ist, dass Fernhandel sogar schon vor 300.000 Jahren erfunden würde. Das würde bedeuten, dass genau die Erfindung des Fernhandels zur gleichen Zeit stattfand, wie das, was wir sozusagen den Übergang zu Homo sapiens nennen, von Homo erectus zu Homo sapiens sozusagen. Und dass das zeitgleich war, das würde alle unsere früheren Thesen auch bestätigen, dass der Homo sapiens eigentlich der Homo mercator oder mercantil ist, also der Mensch ist das Tier, das Handel treibt, sozusagen. Und also die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung, dann haben wir die ersten Frühhändler und Frühärzte und die waren dann noch in, wobei die Frühärzte vielleicht erst vor ca. 170.000 Jahren irgendwann bekommen haben dürften. Aber generell, alle Frühärzte und Frühhändler, Frühhändler und Frühärzte, die waren am Anfang sicherlich noch in der Wahrheit. Aber die Wahrheit hat sich nicht gerechnet, weil plötzlich hatten wir ja neue Rahmenbedingungen der Evolution. Und der Frühhändler, der sich irrt und der sagt, oh, ekelhaft eure kommunistische Kommunen-Lebensweise mit all dem vielen Sex und dem langen Stillen und dem Körperkontakt und so weiter, ekelhaft, widerlich, krankmachend und so weiter, hört auf damit. Und jemand, der ständig solche Geschichten erzählt, die solche Moral von der Geschichte haben, sozusagen, der hat einfach viel mehr Erfolg, weil was passiert in den Köpfen der Kunden? In den Köpfen der Kunden, kriegen die jetzt Angst vor der Sexualität, vor dem Körperkontakt, vor der Liebe? Die werden verklemmt, so verklemmt, wie wir heute alle sind, sozusagen. Wir sind die verklemmte Menschheit. Und haben Angst und Ablehnung gegenüber unserer wichtigsten Glücksquelle. Und was passiert? Paradoxerweise wird dieser Frühhändler und Früharzt quasi fürstlich belohnt, Denn die Leute werden jetzt alle konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig und kaufen ihm unendlich viel ab, werden dadurch auch krank und so weiter, weil sie viel von dieser denaturierten Billignahrung des Frühhändlers dann kaufen, die er ja irgendwann entwickelt, sozusagen. Und dadurch kann er hier zwei leibliche Kinder und hier vier leibliche Urenkel ernähren und so weiter. Und er wird der Vorfahre von Aldi, Lidl, Rewe, Alnatura, Basic und so weiter. Und von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und hier dann finden sich auch noch geistige Schüler, Lehrlinge, Azubis und so weiter. Und irgendwann wird sogar eine Akademie gegründet. Und dann entstehen hier sozusagen auch die wissenschaftlichen gebildeten Vorfahren von Aldi, Lidl, Rewe, Alnatura, Basic und Drosten, Wieler und Lauterbach. Und während die wahrheitsorientierten hier, die wahrheitsorientierten Frühhändler und Frühärzte aussterben oder zurückgehen und immer seltener werden, sodass wir am Ende eigentlich jetzt heutzutage haben wir ja nur einige wenige gute Ärzte noch, wie Dr. Med. Gerhard Reuter und Dr. Med. Klaus Köhnlein von Die Basis und Prof. Sönnigsten und so weiter, Prof. Kemmerer. Also dort gibt es und im Weltrat der Weisen und bei nextscientistsforfuture.de gibt es noch solche guten Ärzte wie unseren Prof. Harald Wallach oder Dr. Med. Michael Spitzbart bei den nextscientistsforfuture sogar. Und ja, also aber ansonsten ist die Wahrheit überall ausgestorben und wir haben überall die Unwahrheit. Die Evolution, also das ist die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik und die sogenannte Memgeat. Memgeat. Und die beweist also mit naturgesetzlicher Beweiskraft, also der höchstmöglichen Beweiskraft von allen, eine naturgesetzliche Beweisführung schlägt Millionen Studien, Schwindelstudien, Pseudostudien und, und, und. Und das ist der Beweis dafür, dass, der lückenlose Beweis dafür, dass wir in einer der schlechtestmöglichsten Gesellschaften leben. Nur die Pseudokommunismen, Pseudosozialismen und Pseudoplanwirtschaften waren wahrscheinlich noch schlimmer als das jetzige System. Aber dieses schreckliche marktradikale System, was wir haben, das zerstört unser aller Leben seit 400.000 Jahren, seit maximal 400.000 Jahren. Ja, dann haben wir, wie lösen wir das Problem? Okay, also wir müssten jetzt, wie heißt der Kernsatz unserer Homepage? So, hier. Gesellschaft kann nicht, na, Gesellschaft kann nicht, kann niemals, niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, PAs. Also der Reaktor, der Sicherheitsreaktor, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem die hochgefährliche Atomenergie eingebunden und wir davor geschützt werden müssen, das wären die starken positiven Anreize. Im Gegensatz zu Pseudoplanwirtschaft wäre das die einzige richtige Planwirtschaft, dass wir einen Sicherheitsreaktor rund um den Markt bauen müssen, nämlich starke, mächtige, positive Anreize, PAs, wodurch wir sozusagen, was hat das dann in der Evolution für eine Folge? Also wie ist dann die Folge? Wo ist es? Ach so, jetzt muss ich hier wieder zurück. Was, wenn ich hier jetzt starke, positive Anreize setze, hier hin, was passiert dann? Dann erweisen sich die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Memekiller-Viren des Geistes, dieses Frühhändlers und Früharztes, der sich irrt und unsere Sexualität zum Beispiel verteufelt, als eines von vielen vorteilbringenden Irrtümern. Die erweisen sich jetzt plötzlich als Nachteil bringen, denn er kriegt jetzt quasi die positiven Anreize bedeuten, dass dieser Frühhändler und Früharzt nur noch Geld bekommt oder Belohnungen bekommt. Damals war es ja noch kein Geld. Das Geld wurde ja erst vor 40.000 Jahren erfunden, und er bekommt Belohnungen nur noch, je gesünder sich die Kunden entwickeln, je glücklicher sie sich entwickeln und je länger sie leben und je größer ihr Wohlstand wird, vielleicht auch noch. Diese vier zentralen Dinge, drei bis vier zentralen Dinge, anhand derer muss man die positiven Anreize setzen und dann hat man diesen Sicherheitsreaktor rund um den Markt gebaut und dann kann man damit leben, vielleicht sogar sehr gut damit leben. Aber ansonsten ist das so schädlich, wie wenn wir plötzlich alle Atombomben auf der Erde explodieren würden, ohne Sicherheitsreaktor drumherum sozusagen ungebremst explodieren würden. Genau das ist passiert vor 400.000 Jahren. Der Markt ist explodiert und hat die ganze Menschheit ruiniert. und in einen Schrecken ohne Ende gebracht, in ein Leiden ohne Ende. Ja, und wie könnten die Messgrößen oder Steuerungselemente, besser Messgrößen, aussehen, anhand derer wir die positiven Anreize berechnen für die jeweiligen Personen. Wir könnten zum Beispiel die Wohlfühlnotenwahlstimme, also die Wohlfühlstimme verwenden. Wir können die Gesundheitsaufwand Erwartungskurven erstellen, tatsächlichen Gesundheitsaufwand damit vergleichen, also die Kurve des tatsächlichen Gesundheitsaufwandes. Und über solche Messgrößen können wir klare Information kriegen, wirkt ein Arzt, ein Marktleiter, ein Kioskleiter, ein Restaurantleiter, fördert der Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und Wohlstand der Kundschaft oder beschädigt er sie. Und man kann auch diskutieren über den Beitragsrückerstattungs- Sonderbelohnungsprämien, man braucht die Steuer- und Abgabenleistung als Daten, braucht man, um zum Beispiel die Leistung von Lehrern zu errechnen und von überhaupt in der Erziehungskette von Mutter vorgezogene Mütterrente kann man anhand der Steuer- und Abgabenleistung berechnen. Man kann also von Erziehungsleistungen und Bildungsleistungen von Mutter bis Hochschulprofessor des Examens kann man quasi alle die richtigen positiven Anreize setzen, zum Beispiel mit Hilfe der Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen. Nun gut, es gibt also viele Möglichkeiten, Messgrößen sich auszudenken und das ist ja unser Handwerk, das müssen Sie alles nicht genau verstehen, Sie müssen nur wissen, aha, der Weltrat weiß, was er tut, der hat ein riesiges Repertoire und hat 50 Jahre Erfahrung darin, Wissenschaftserfahrung, die man braucht, um Reformen so zu schleifen und zu feilen und zu schmieden, dass sie uns allen nutzen und eben diese Evolution, diese Negativevolution umdrehen in eine positive, für uns positive Evolution. Ja, dann haben wir eben hier, jetzt schauen wir mal weiter, das ist so wichtig, das ist die gaussische Normalverteilung, Schluckwasser, die uns erinnert an die größten Sektenideologien, die wir in der Welt haben, nämlich alle Kinder, die neu geboren werden, sind gleich, sie sind alle gleichermaßen Genies, da muss man nur die richtige Schulbildung draufwerfen, dann werden sie alle zu Genies und wenn wir das endlich täten, das ist also keine Unterschiede mehr zwischen den Schichten gäbe, dann hätten wir alle Genies und deswegen brauchen wir dann auch ja diese ganzen reichen Unternehmer und Hochqualifizierten und all diese Eliten, die können wir gerne aus dem Land vertreiben, die brauchen wir ja alle nicht, denn wir kriegen ja unendlichen Nachwuchs an lauter Genies, wir brauchen ja nur aus aller Welt alle Menschen reinzulassen, denn das sind ja alles, die kriegen ja alle Kinder und deren Kinder sind ja alle Genies und alle potenzielle Genies und deswegen brauchen wir brauchen wir uns unsere Unternehmer und unsere Eliten und unsere Fähigen und unsere Gebildeten nicht gut zu behandeln, wir müssen auch nicht dafür sorgen, dass unsere Gebildeten endlich mal wieder ein paar Kinder bekommen, sondern wir können die Kinder ja von überall her bekommen lassen und aus aller Welt, denn das sind ja alles potenzielle Genies, das ist vielleicht die gefährlichste Ideologie, das ist auch eine der Ideologien, der Ideologie, also Vorteilbringenden Irrtümer, Killer Viren des Geistes, Parasitären, Meme der Sozialsparten, die gefährlichsten Sparten der westlichen Gesellschaften sind die Sozialsparten, die Sozialsparten, die natürlich dann am meisten Karriere machen können, wenn es immer mehr Arbeitslose, immer mehr verwahrloste Menschen, immer mehr Obdachlose, immer mehr sozial, ja, auf dem Abstellgleis der Gesellschaft lebende, dahin vegetierende, ausgesonderte, gestern wieder gehört, Arbeitslosigkeit ist ja eine der Hauptursachen für Depressionen und für krank werden und so weiter, ja, also, aber die Sozialspartler leben genau davon, dass es davon möglichst immer mehr gibt, ne, und immer mehr vielleicht auch in Parallelgesellschaften sozusagen, immer mehr Sozialfälle entstehen und, 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 und in, 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 also, viele Migranten, die dann wieder Sozial, Sozialspartler brauchen, als Helfer und Betreuer und viele Asylanten und so weiter, ja, und diese Ideologie, alle Kinder, die neu geboren worden sind, werden, sind potenzielle Genies, die ist durch die Naturwissenschaft ja milliardenfach widerlegt worden, ja, es gibt nicht nur Menschen, die genetisch körperlich nur 1,30 Meter groß werden als Erwachsene und andere, die 2,30 Meter groß werden und es gibt aber welche, die als Erwachsene genetisch bedingt nur 900 Milliliter Gehirn haben und manche, die 2 Liter Gehirn haben, also das Doppelte etwa, also 1 Liter und 2 Liter Gehirne stellen sich vor ein Auto mit 1 Liter Hubraum und mit 2 Liter Hubraum natürlich hat das mit 2 Liter Hubraum die doppelte Leistungsfähigkeit und so ist es bei Gehirnen auch ja und daran können sie mit Bildung fast nichts ändern sie können also die die Leistungsfähigkeit mit extrem guter Bildung natürlich hier in dem Bereich bei einem 1 Liter Gehirn ein bisschen verbessern die Leistungsfähigkeit für die Gesellschaft aber sie können beim 2 Liter Gehirn natürlich noch viel mehr verbessern ja und das ist schon lange nachgewiesen und so weiter man hat dann ja Kinder untersucht und hat festgestellt dass die mit den größeren Gehirnen natürlich extrem viel mehr profitiert haben von der Bildung als die hier weil die mit ihrem 1 Liter Gehirn auch mit der tollen Bildung auch eben sehr viel weniger anfangen konnten Nun gut aber so viel erst mal genug zu dieser gefährlichen Ideologie also diesen vorteilbringenden Irrtum also Ideologie ist nur auch nur ein anderes Wort wie vorteilbringender Irrtum irgendeiner Sparte die daran profitiert dass irgendein Märchen verbreitet wird ja und dann haben wir hier nochmal unsere Weltkarte Nordeuropa Südeuropa Afrika und so weiter hier also quasi und früher haben die Menschen vor 400.000 Jahren wahrscheinlich in Kommunen bis zu 120 Individuen hier sind also zu wenige Menschen eingezeichnet gelebt und sozusagen ja wahrscheinlich sind wir genetisch konstruiert für einen urmatriarchalen oder vollmatriarchalen pazifistischen Bonobo Schenker Kommunismus und eine entsprechende Lebensweise und diese Lebensweise fehlt uns deswegen sind wir alle potenziell unglücklich und deswegen ist Depression die Grundvolkskrankheit unserer Kultur denn der Marktradikalismus ich habe es ja vorhin gerade geschildert wie uns hier in diesem Bild ja geschildert wie uns der Marktradikalismus sozusagen der ungezügelte ungelenkte nicht durch einen Sicherheitsreaktor gemäßigte Markt unser Leben zerstört hat und jetzt wir kommen immer näher dem Ziel des einsamen konsumsüchtigen kaufsüchtigen shopping süchtigen alkoholsüchtigen zigarettensüchtigen süßigkeiten süchtigen Singles gucken sich an was unsere junge Generation ist die ist alkoholsüchtig zigarettensüchtig und süßigkeitensüchtig und fastfoodsüchtig und was auch immer und ist auf dem Weg in das Übergewicht die Krankheit und die völlige Dekadenz und Degeneration und ja ins ja gut und ja ich würde gern mal ausprobieren wie sich das anfühlt in einer solchen damaligen ur matriarchalen pazifistischen Bonoboschenker Kommune zu leben und naja gut das heißt also auch unsere Vorstellung ist ja dass wir durch die die neuen positiven Anreize die wir den Hausärzten setzen und den Hausarztersatzpraxen dass dann also überall auch in den alten Pflegeheimen die ja genauso behandelt werden wieder plötzlich immer mehr Mehrgenerationen Wohngemeinschaften entstehen und dann vielleicht einzelne Kommunen das Interesse haben an wir möchten auch mal ausprobieren wie sich das anfühlt wenn man dann wirklich mal den vollmatriarchalen pazifistischen Bonoboschenker Kommunismus ausprobieren und so weiter ja und das ist eben ja nur wenn man solche Wahrheiten kennt kann man darüber nachdenken ja der Mensch vielleicht müssen wir wieder in größere soziale Zusammenhänge hin und vielleicht im Freizeit und Wochenendangebot meiner Hausarztersatzpraxis sozusagen da bietet mir das Team also Singen Tanzen Musizieren Sport und alles Ernährungsberatung alles was hilft um mein Leben gesünder und glücklicher zu gestalten in Zukunft an und das das sind dann diese Hausarzt und Hausarztersatz Kommunen Gesundheitskommunen sind die Anfänge einer größeren sozialen Einheit man kann sie auch Clubs nennen nennen sie sie können auch Kommune Clubs nennen Gesundheitsclubs Healthy Lifestyle Club und so weiter die Namen spielen ja keine Rolle aber es sind größere soziale Einheiten wieder ja und dann ist auch einer der größten Irrtümer also sozusagen ja das habe ich ja vorhin schon angedeutet wir bräuchten alle unsere Milliardärskönige Politikkönige und Journalistenkönige nicht wir könnten sie auch aus dem Lande raus vertreiben und so weiter in Wirklichkeit würden wir dann eben ja die Leute mit den größten Gehirnen aus dem Lande vertreiben ja denn das sind die mit den größten Gehirnen sind ja die Top Wissenschaftler und die Top Unternehmer und die Top Journalisten und so weiter das sind ja die mit den größten Gehirnen auch wenn sie vieles im Moment Fehlgeleitete oft tun aber wir das ist ja unsere Aufgabe als Bevölkerung den Marktradikalismus zu beenden und dabei aber auch nicht abzugleiten in andere Sektenideologien wie Zeugen Jehovas oder Anthroposophie oder ähnliche Konzepte ja nein wir müssen unsere Milliardärskönige lieben lernen und sagen wir haben uns alle geirrt wir haben alle Fehler gemacht und auch eben auch unsere Milliardärskönige haben sich geirrt und unsere Politikkönige und Journalistenkönige aber wir müssen liebevoll mit ihnen gemeinsam dieses Land retten und dann die dann sorgen die Next Scientists for Future dafür dass auch alle anderen Länder der Erde gerettet werden und dann haben wir eine gerettete Weltsituation ja die NGOs gerade gestern habe ich wieder so eine Battle NGO gesehen auf der Straße wir müssen uns noch mal klar sein wenn sie auf der Straße von irgendjemandem angehauen werden und in verbotener Weise man nennt das juristisch aggressives Betteln moralisch genötigt werden ihm doch letztendlich Geld zu geben und er geht dann in den nächsten Laden und holt sich seinen Schnaps für ihr Geld und so weiter das ist das gleiche wie wenn irgendwie da ein Geschäftsführer einer NGO einen neuen neuen Geldschuss braucht und deswegen seine Horden an nichts an Mitarbeitern losschickt denn wenn ich jetzt gesprochen hätte gestern mit diesen mit diesen moralisch erpressungs Bettlern sozusagen dann hätte ich wahrscheinlich festgestellt dass die die vorteilbringenden Irrtümer die der Geschäftsführer ihnen unterrichtet hat Schluck Wasser dass die die geglaubt haben dass die die für Wahrheiten gehalten dass sie wirklich etwas Gutes tun würden und nicht nur den Geldbeutel des Geschäftsführers füllen würden indem sie die Leute moralisch auf der Straße versuchen zu erpressen in einer widerlichen Weise so nach dem Motto unterschreiben sie dann kriegen kriegt unser Geschäftsführer viel Geld und wir kriegen unser Gehalt bezahlt und vielleicht 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 auch nicht kriegt Alibi mäßig irgendjemand in der irgendwo in der Welt werden auch ein paar Cent eingesetzt um irgendwo angeblich was besser zu machen möglicherweise auch alles nur schlechter zu machen ich habe ja schon mal angedeutet dass das also manchmal würde ich mir wünschen dass alles Geld im Geldbeutel des Geschäftsführers einer NGO dann wenigstens verbleiben würde und wir sind ja jetzt unsicher ob nicht auf Fridays for Future ob es da nicht auch ausschließlich um das Spendengelder abkassieren ging nur wir haben ja sogar untersucht ich habe ja wir haben viele Sendungen ja darüber gemacht dass eben es eigentlich besser wäre letztendlich wenn ich es mal so zusammenfasse dass all diese NGOs dass all diese Spenden Erpresserei und Erbettelei durch moralische Erpressung und so weiter wenn diese Gelder alle nur bei den Geschäftsführern in der Tasche landen würden in deren Geldbeutel landen würden denn wenn die dann noch Alibi-mäßig irgendwo was tun in der Welt dann richten die meistens damit noch mehr Schaden an ich mache nur ein Beispiel den Hunger auf der Welt den gibt es nur noch deswegen weil die NGOs ihn immer wieder aufrecht erhalten indem sie sozusagen alles dafür tun dass es möglichst viele neue hungernde Kinder in der Welt wieder gibt damit sie wieder mehr Spenden sammeln können also insofern auch eine der größten Geiseln der Menschheit die NGOs und wir sind ja der Meinung dass jede Form des Anbettelns von Menschen egal ob es diese moralischen Erpressungsversuche sind sie müssen doch helfen die Welt zu retten die Tiere zu retten das zu retten und das zu retten dass man solche moralischen Erpressungserbetteleien dass wir die grundsätzlich verbieten müssen wie jede Form der Bettelei wir haben das großzügigste Sozialsystem der Erde die ganze Welt neigt dazu nach Deutschland zu kommen weil wir das großzügigste Sozialsystem der Erde haben wir brauchen es nicht noch zuzulassen dass die unsere Bürger überall belästigt werden durch aggressives betteln durch moralische Erpressungen noch mal genötigt werden immer weniger werden das Geld auch noch an solche Sozialparasiten und Sozialschmarotzer aller Art ausgeben zu müssen die dann auch noch in der Welt eher Schäden anrichten als dass sie Nutzen anrichten das ist ja das Schlimme die erhalten ja die Leidenszustände in der Welt aufrecht ich hatte ja noch mal noch mal das krasseste Beispiel hat hier ein öffentlich-rechtlicher Sender geschildert wo also sozusagen äh letztendlich Kinder ihren Eltern weggenommen worden sind von NGOs in Waisenhäuser gesteckt werden und dann die europäischen jungen Leute dazu dazu gebracht wurden was weiß ich 1000 2000 Euro zu überweisen dafür dass sie dann ins Ausland fahren konnten und vermeintliche Waisenkinder in vermeintlichen Waisenhäusern helfen durften ein Geschäfts ein Geschäftsmodell ein Geschäftsmodell also das heißt NGOs stehen unter dem dringenden Verdacht überall in der Welt Schäden anzurichten damit sie Spendengelder moralisch erpressen und erschwindeln und erbetteln können und eventuell glauben alle Beteiligten dass sie Gutes tun würden und es handelt sich nur um vorteilbringende Irrtümer also sozusagen auch dort wieder nicht einfach unterstellen dass das jetzt alles Betrüger seien die mit kriminellen Lügen arbeiten würden vielleicht einige aber entscheidend ist dass die meisten wahrscheinlich nur vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben an die sie selber glauben und die dann in den Köpfen ihrer Opfer sozusagen zu parasitären Memen und Killer Viren des Geistes werden und die ganze Weltbevölkerung ja mittlerweile durchseucht und durchmanipuliert haben ja das ist nochmal die Evolution umgekehrt ja da fehlt wahrscheinlich auch wieder dieser Strich hier beim nächsten Mal muss ich das sorgfältiger einstellen ja und dann noch einmal man darf ein Land man sollte ein Land nur regieren wenn man also versteht wie ungefähr die Evolution dieses Universums von Beginn von 13,8 Milliarden Jahren bis heute verlaufen ist wie dann zum Beispiel die letzten 13,8 Millionen Jahren unserer Urgroßeltern Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern verlaufen sind wie die Evolution verlaufen ist und wenn man das alles nicht richtig versteht dann sollte man die Finger von der Politik lassen ja und dann wie gesagt wir hatten vor 13,8 Millionen Jahren lief die Evolution so immer mehr Richtung aufrechter Gang und so weiter immer größere Gehirne und dann flachte hier hier haben wir vor 400.000 Jahren also vor 0,4 Millionen Jahren die Erfindung von 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 Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung ohne den Sicherheitsreaktor der den Markt hätte bändigen müssen ja den Sicherheitsreaktor aus starken positiven Anreizen die dann auch die Ausbreitung von Vorteilbringenden Irrtümern zuverlässig verhindert hätten das ist nicht geschehen deswegen ist jetzt die ganze Welt durchseucht mit Vorteilbringenden Irrtümern Killer Viren des Geistes parasitären Memen und dann flachte die Kurve ab und vor 40.000 Jahren als dann das Geld erfunden wurde kippte sie vollständig ab und seitdem damals circa 1,5 Liter Hubraum im Durchschnitt und heute nur noch 1,35 Liter Hubraum im Durchschnitt also seitdem die große Dekadenz der große Abstieg und die große große ja der Niedergang der Menschheit und das steht uns noch bevor dass wir am Ende alle am Rollator dahin schleichen weil wir alle schwerst chronisch krank sind also das ist unsere Zukunft wenn wir jetzt nicht auf die next scientists for future de und den Weltrat hören die einzigen die Weltspitze und die einzigen die in der Welt noch was mit Wahrheit zu tun haben in einer Welt der Pseudowissenschaften in der unsere Universitäten voll sind von irgendwelchen fragwürdigen Ideologien und Märchen und Träumereien und eigentlich mit Wahrheit nichts mehr am Hut haben so dann ja hier sieht man nochmal die Rechts- und Linksradikalen das sind meistens die mit den kleineren Gehirnen die Linksextremisten die Verfassungsfeinde und so weiter und ja und dann sieht man hier die Next Scientist for Future und den Weltrat und dann sieht man hier noch die mittigen mit denen man noch reden kann die aber dann schon so ja CDU und dann kommt irgendwann die Werte Union und dann beginnt es mit AfD und so weiter und dann wird es schon sehr braun das ist so die Situation ja und ja wir müssen eben verstehen Kinder man sieht das ja hier Kinder als Aussackung ihrer Eltern in die Zukunft hinein es geht immer um die zeitliche Zukunft in der Evolution hier dann auch diese Nabelschnur Verbindung die wird dann ersetzt durch die neue Nabelschnur Brustwarze und Mund das Neugeborenen und ja das war es eigentlich in dieser Bilderserie dann halt nochmal ja dann hier nochmal kurz da habe ich aber so viel Sendung gemacht also die die gute Partei der Zukunft eine echte Frack Partei also die Gruppe der Frack Parteien der freien Argumente Kultur Parteien die bietet den WählerInnen sozusagen ein Volksentscheid Wahlprogramm aus bis zu fünf Vorschlagsgruppen zur Wahl zur Auswahl an sodass die WählerInnen erstmals das Sagen bekommen lässt also die WählerInnen konsensieren in echt basisdemokratischer Manier und nicht in pseudobasis demokratischer Manier in erster Linie die die Mitglieder der Partei die ja niemals eine repräsentative WählerStichprobe darstellen werden können nicht die konsensieren sondern lässt die WählerInnen konsensieren man könnte natürlich hier zweite Seite dritte Seite und so gibt es dann vielleicht 30 Seiten eines solchen ersten großen Volksentscheides ja und natürlich kann man für den Fall dass man eben man kann ja dann sagen wir lassen haben unsere Mitglieder mal vorläufig konsensieren lassen zu was unsere Mitglieder intern neigen würden um überhaupt mal zu zeigen best Geistes Kind die Parteimitglieder sind und haben dadurch schon mal ein vorläufiges Konsensierungsergebnis dadurch man könnte ja dann das quasi hier so irgendwie ankreuzen dass das unsere Parteimitglieder konsensiert haben also und dadurch wüssten die Wähler aha die bieten mir das an dass ich das möglichst schnell als Volksentscheid bekomme und solange das noch nicht möglich ist weil man als Koalitionspartner vielleicht noch zu schwach ist um das durchsetzen zu können oder um die Koalitionspartner überzeugen zu können dass das der richtige Weg ist dann ist es halt so dass wir zum Beispiel dass das Kreuz dann was weiß ich ein Kreuz oder ein Fettdruck liegt dann hier oder der nächste Fettdruck dann was weiß ich hier oder der nächste Fettdruck hier und und so oder hier ein Fettdruck und so weiter ja und so so sieht dann die Partei der gute Partei der Zukunft aus und ja und hier unten steht dann also immer unten drunter diese Vorschlags zu dieser Vorschlagsgruppe gehören Experten wie nextscientistsforfuture.de und ABC und XYZ und und zum Beispiel nextscientistsforfuture stehen für die Durchführung der Reformen in den Ministerien dieser Partei zur Verfügung oder nicht zur Verfügung. Wichtige Informationen denn wenn ein Wähler natürlich zum Beispiel diesen Vorschlag von nextscientistsforfuture diese Gruppe an Vorschlägen konsensieren möchte um dann später runter konsensieren zu können auf den Vorschlag der nextscientistsforfuture zum Beispiel dann müssen die ja wissen ob die der auch dieser Partei überhaupt für die Umsetzung der Reform zur Verfügung stehen würden denn ohne 50 Jahre Wissenschaftserfahrung wird der Versuch eine solche Reform irgendwie durch inkompetente Laienpolitiker sozusagen umsetzen zu lassen wird natürlich in einer Katastrophe enden mehr wird dabei nicht rauskommen ja also ja damit haben wir glaube ich noch mal wieder kurz gesagt wie das alles ist also deswegen das noch mal heute wieder als wissenschaftliche Tagesschau heute dieser offene Brief an Bhakti Schiffmann Sieber Füllmich Kanzlerin Kurz und Merkel und Herrn Laschet und übrigens habe ich da gestern noch mal angerufen habe einige Leute erreicht ja aber das ist eben so Alibi mäßig ja man fordert die ganze Welt auf neue Ideen in die CDU reinzubringen und dann ist niemand hat niemand dafür da bei dem man mit dem man darüber sprechen kann ja das heißt also es ist alles nur ein Lippenbekenntnis das ist auch wieder nur das ist der Versuch von Herrn Laschet sich die CDU als so offen für neue Reformideen zu präsentieren in Wirklichkeit bleibt alles beim Alten man will gar nichts man will gar nichts Neues wissen ja das ist man will seinen Marktradikalismus einfach weiterführen also dass dieser Aberglaube an die soziale Marktwirtschaft erinnert sich mal wie oft die Frau Merkel immer wieder sagt ach unsere gute soziale Marktwirtschaft ja das ist ein brutaler Marktradikalismus der für 400.000 Jahre Leidensgeschichte der Menschheit zuständig ist und diesen Marktradikalismus und diesem hängen mittlerweile die Linken an die Grünen an die SPD alle sind sie mittlerweile Gläubige des Marktradikalismus und das ja deswegen braucht es eine gute Partei eine Frag-Partei ja deswegen also offener Brief an Kurz Merkel Köhnlein Reuter Rosen Schwab Martin Schwab Fischer Sönnigsen Kämmerer Heinz Chris Brissen Sattelmeier Ruppert und wie sie alle heißen die ganzen Prominenten der Neuparteien Bewegungen ja und bis jetzt wie gesagt die besten Kontakte und Kooperationskontakte und Talkshows haben wir halt mit die Basis Österreich und wir 2020 DE und ich hoffe dass da sich bald immer mehr tut ja nur die Wahrheit über die Welt darf Grundlage für Regieren sein nicht Sekten Ideologien wie Anthroposophie oder Marktradikalismus und genau genommen wird unsere ganze deutsche Politik von der Ideologie des Marktradikalismus gesteuert und im Moment sozusagen die früher von allen Seiten kritisierten kapitalistischen Pharma und Impfkonzerne und deren Profitinteressen und so weiter das ist alles weg das sind alles liebe nette nutzliche Dinge da gibt es überhaupt keine vorteilbringenden Irrtümer da gibt es überhaupt keinen wo ist es hier da gibt es doch überhaupt keinen hier überhaupt keinen antikooperativen Anteil nein gar nicht das ist alles kooperativ das sind alles Engel die uns nur Gutes wollen und uns auch nur Gutes tun weil sie in allem was sie tun nur in der Wahrheit sind naiver und weltfremder und antiewissenschaftlicher geht es kaum aber so ist es tragisch eine tragische Situation ja das war's für jetzt tschüssi bis bald tschüssi 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 tschüssi